Willkommen zu Feuzi Federal, das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus, direkt zu euch heim. Mein Gast heute ist Christian Wasserfallen, FDP-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Ich habe darum einen Berner Wein ausgelesen, der ist extra ausgegeben worden, zur Ehre von 1848 würdig, glaube ich. Bei meinem Berner, bei meinem Freisinnigen sowieso. Aber das ist nicht der Jahrgang, oder? Nein, nein, ich hoffe es nicht. Ja, kommt gut. Chasselin Bielersee, klassisch. Wird glaube ich in der Deutschschweiz zu wenig geschätzt, man geht immer entweder ins Watteland oder ins Wallis. Es gibt auch viele innovative Winzerinnen und Winzer im Bielersee. Es gibt es, ich habe auch ein paar zu Hause und ich kann es nur weiter empfehlen. Jetzt machen wir mit dem Christian Wasserfallen, weil er ein erfahrener Nationalrat ist, ein bisschen ein Legislaturrückblick. Ich meine, ich habe es in den letzten Tagen auch ein bisschen mehr überlegt, was ist genau passiert in dieser Legislatur. Sie können noch ergänzen, aber ich finde, es ist viel gelaufen im Thema Energie und Klima. Es ist viel gelaufen im Thema Migration, vielleicht weniger politisch, aber mehr in der Realität. Und es ist auch viel gelaufen in den Sozialwerken. Und ja, vielleicht gibt es noch mehr Themen. Aber jetzt bei Energie und Klima, ein Spezialthema von Ihnen. Was ist die Bilanz von dieser Legislatur zu Ihrer Sicht? Also es ist eine sehr erzogene Bilanz. Also man hat ja auf der einen Seite alle hebeln in Bewegung gesetzt, nach den 19er Wahlen, dass das CO2-Gesetz vor das Volk kommt, sodass das Kapital gescheitert wurde. Riesige Erwartungen hat man gehabt. Riesige Erwartungen. Und man hat eigentlich die Rechnung ohne Bevölkerung gemacht. Man hat ja mit Flugticketabgaben um sich geworfen, mit Milliardenfonds um sich geworfen, mit zum Teil massiven Einschränkungen, weil die Gemeinden auf dieser Welle irgendwie mitsurfen können, aber das hat nicht geklappt. Und auf der anderen Seite sehe ich, Frau Mogert im Energiebereich ist für mich ein Blindenaktivismus gewesen im Parlament. Also man hat ein Solarexpress gemacht, hat aber nicht gemerkt, dass man noch dazu Leitungen braucht. All die hochtragenden Projekte sind in sich zusammengefallen. Die Strategie hinten dran, was man denn genau will, ist für mich bis heute nicht ersichtlich. Auch mit dem Mantua-Erlass, welcher kürzlich verabschiedet wurde, wo man ja auch sehr stark bezweifeln muss, ob das Zukunftslösung ist. Also ich denke, im Klima- und Energiebereich ein munteres Häuschstuhl hat. Und es gibt einfach sehr viele Leute, die sich damit profilieren wollten, irgendwie ein Teil von einer Lösung zu sein. Es waren oftmals Lösungen auf dem Tisch, aber man hat nicht genau gewusst, zu welchem Problem sie passen. Ich habe ein bisschen der Eindruck, man hat jetzt in dieser Legislatur ganz unglaublich stark die Energiestrategie 2050, die wir 2017 darüber abgestürmt haben, die durchkam, aber es ist vielleicht auch schon sechs Jahre her. Aber es war eine Legislatur der Verteidigung dieser Energiestrategie. Und dann, Sie haben es erwähnt, insgesamt vier Beschleunigungsvorlagen, also Windexpress, Solarexpress, Mantlerlass und die vierte, die jetzt kommt, die sogenannte Beschleunigungsvorlage, heisst die, oder? Also irgendwo hat man sich nicht eingestehen, dass das vielleicht nicht so kommt, wie man es sich damals gewünscht hat. Und man sagt jetzt einfach, more of the same, jetzt müssen wir einfach schneller machen. Ja, das ist in dieser Geschwindigkeit und dann hat man wirklich wirklich das Handwerk vergessen, oder? Man hat wirklich das Handwerk vergessen, dass man bei solchen grossen, langfristigen Investitionen eigentlich einen Rahmen muss schaffen, der für lange Zeit gilt, oder? Das hat man gemacht. Das Gegenteil von dem. Man hat gesagt, bis im Jahr 26, die Projekte bis zu 2 TWh Solar, dort kann man dann entsprechend investieren und es werden auch gewisse Rechte ausgehebelt durch das, oder? Genau. Und das ist eigentlich genau das Falsche, was man macht, oder? Weil man jetzt, ehrlich gesagt, seit der Schwenk von Doris Leuthard im Elfi bis heute hat man keine grossen Energiepotenziale ausgebaut in diesem Land. Jetzt können wir in ein paar wenigen Jahre es da herbringen. Dabei müssen wir sich einmal die Frage stellen, was brauchen wir effektiv, vor allem über die Winterstromversorgung, und alle kommen immer auf Solar, aber Solar ist für die Winterstromversorgung einfach denkbar umgeeignet, oder? Und das ist das, was das Parlament eins und zwei Mal daran ist gescheitert. Und dann glaube ich, oder, 2017, Sie waren im Nationalrat, ich war Journalist, ich meine, wir haben nicht so über den Klimawandel geredet damals wie heute, oder? Man ist davon ausgegangen, der Strombedarf bis 2050 sinkt, oder? Es hat niemand davon geredet, die ganze Wärme und den ganzen Verkehr, sogenanntes Dekarbonisieren, also kein Öl und kein Gas und kein Benzin mehr zu brauchen, sondern nur noch Strom, oder? Ich erinnere mich sehr gut. Und darum ist auch die Ausgangslage jetzt eigentlich eine völlig andere. Also wer mit Klima kommt, der muss kommen mit, wir brauchen viel mehr Strom. Ja, genau, das ist ja genau der Punkt, das ist ja dort, wo ich in der eigenen Fraktion vielfach einfach auf Unverständnis stossen will. Aber wenn man netto Null erreichen will, in 27 Jahren, notabene, dann sind wir lieber Jahrzahlen angehören, in 2050 denken, das sei wahnsinnig weg, oder? Darum in 27 Jahren, oder, kommen wir später vielleicht noch schnell darauf zurück, was die 27 Jahre so vergleichend bedeutet, in 27 Jahren will man von den fossilen Energieträgern wegkommen, das heisst, wir haben weniger weniger eben die Hälfte vom Strom, die man für das braucht, ist nicht gedeckt, oder? Haben wir nicht gemacht, oder? Und das ist die grosse, riesige, gigantische Aufgabe, wo wir vordrangen sind. Und wenn man eben dann weiss, dass man zum Beispiel über die Stahlmauererhöhung von der Grimsel seit 34 Jahren redet, oder? Und in 27 Jahren will man netto Null haben. Da stelle ich mir schon gewisse Fragen, ob da oben im Parlament alle Begriffe haben, um was es geht. Und ich meine, das absolute Versagen ist ja für mich dann eintroffen, von der Energiestrategie, wo man eine grosse Feier hat gemacht, für die Abstellung vom Kernkraftwerk Mühlenberg, oder? 3 Terawattstunde CO2-freien Strom, genau richtig positioniert im Mittelland, oder? Und was hat der Bundesrat... Alle Leitungen? Alle Leitungen. Was hat der Bundesrat ein paar Jahre später gemacht? 450 Millionen per Notkredit in ein Ölkraftwerk in den Bier reintragen? Ja. Und da sollen wir mal noch eine Strategie erklären von Klimapolitik und Energieversorgungssicherheit. Es gibt es nicht. Also eben die Energiestrategie muss man gar nicht darüber diskutieren, die ist Geschichte. Funktioniert nicht. Ja, aber die Mehrheit hat es nicht gegeben, es hat immer wieder so Motionen gegeben, man soll doch die Energiestrategie überarbeiten. Es ist ja nicht daherkommen jetzt als komplett, das ist alles Blödsinn und so, sondern einfach im Sinne von im Lichte des Strombedarfes, den wir werden haben, wenn wir dekarbonisieren wollen, wenn wir etwas für das Klima machen wollen, wollen wir doch das überarbeiten und schauen, was rauskommt. Und das ist wirklich, diesbezüglich ist das Parlament nicht in der Lage, in dieser Legislatur irgendwie den Fahrplan oder den Wegweiser zu einer neuen Energiestrategie zu stellen. Ja, ich teile die Meinung. Es ist eben selbst, bis ich mit der eigenen Fraktion wahnsinnig zahle, einmal das Neubauverbot von Kernkraftwerken über Bord zu werfen. Da haben wir noch lange kein S-Bau. Man muss noch eine Rahmenbewilligung haben, aber das muss man noch abstimmen, etc. Aber einmal die ersten Schritte machen und einmal eingestehen, dass es ohne Kernenergie nicht geht. Wir werden nicht ohne die Energieversorgung CO2-frei oder neutral nicht bereitstellen können, in diesem Land ohne neue Kernkraftwerke zu werfen. Punkt. Wenn man einfach einigermassen rechnen kann, dann sieht man das. Und das Parlament probiert jetzt immer noch wieder so im Klein-Klein-Innen möglichst alle an einen Subventionstopf herzuhängen und vergisst euch immer die Frage, das ist ein Gesamtsystem, das man braucht, das aus Leitungen besteht, aus Speicher besteht, aus aktiver Produktionsanlagen besteht, die sogar aussenpolitische Komponenten hat, eben Stichwort Stromhandelsabkommen, wo eine Strommachtliberalisierung würde auch voraussetzen. Ich habe das mal eine Fünf-Säulen-Strategie genannt, etwa so die fünf Punkte, die ich vorher aufzähle. Und das Gesamtsystem muss funktionieren, das begreift das Parlament nicht. Das Parlament hat immer noch die Meinung, wir können Physik überlisten, und das wird daran scheitern. Ja, und einfach mit Beschleunigung von Solar und Wind würde das Länge. Ich meine, da kommt immer das Argument, das dauert zu lange mit der Atomkraftwerke. Und es ist uns allen klar, dass das lange dauert. Aber die Konsequenz wäre dann, und das steht auch in der Energiestrategie 2050, dass man Gaskraft erbaut. Und dass man jetzt sich überlegt, woher kommt das Gas, wo stehen die Öfen? Ich glaube nicht, dass die Leute wahnsinnig Freude haben. Ich meine, da in Bern faktisch steht ein kleines Gaskraftwerk. Nur hat man das den linksgrünen Berner, erzählt man es einfach nicht. Daraus fährt man an der Autobahn vorbei, oder? Es ist an sich eine Kehrrichtverbrennung. Ein zentraler Forchthaus. Genau, Forchthaus heisst das. Und dort läuft immer Gas, oder? Und das Beste ist ja, dass auf dem Dach oben keine Solaranlage hat, habe ich mir Lust. Nein, nein, nein. Und schön im Wald drin. Aber wenn es zu lange geht, dann muss man wenigstens Gaskraftwerk jetzt anfangen zu planen. Und zwar irgendwie vier, fünf grosse oder neun kleine, so wie es Doris Leuth hat nämlich einmal gesagt hat, vor zehn Jahren. Oder das ist ja das generelle Problem, wo wir sagen, es geht alles zu lange. Ich habe ja vorhin von der Staumurgretter Grimsen seit 34 Jahren bewegt sich nichts, treten an Ort, oder? Man hat die Gaskraftwerke, die ihr ansprechen, die sind doch nicht einfach so aufgestellte, die Neuen, oder? Natürlich nicht. Und dann hat man noch das Problem, wenn man jetzt keine Energie nimmt, oder? Das sind ja noch Planungsprozesse, aber ich sage jetzt mal, der politische Prozess ist das Problem. Seit 2011 ist einfach starre. Und wir haben 11 Uhr, kurz vor Fukushima, hatten wir eine Volksabstimmung im Kanton Bern, wo hochdünn gewonnen ist worden für ein Ersatzkernkraftwerk. Wenn man sich jetzt mal den Prozess anschauen würde und weiss, dass die letzten etwa 60 gebaute Kernkraftwerke auf der Welt eine Bauzeit von etwa rund sieben Jahren hatten. Bauzeit, reine Bauzeit, oder? Also wenn man die politischen Entscheidungen einmal gefällt hat, und man dann noch annimmt, dass es ja eher kleinere Werke geben wird, die modularer einsetzbar sind und nicht einfach für einen Standort immer ein Unikat gemacht wird, dann kann man relativ schnell dort in ein Bauprojekt hineingehen. Aber dann müssen wir eben mal die entscheidenden Felder, in einem die Grünliberalen auf die Schippe, oder? Das heisst Mut zur Lösung. Aber wenn man den Mut zur Lösung in dieser Technologie verlangen will, dann kommt rein gar nichts, oder? Ja, das ist... Das ist ein aktiver Widerstand und sucht alle Gründe, warum man es auch nicht bewegen muss. Wobei die Jürgen Grossen hat kürzlich bei Bern einfach live gesagt, ja, also wenn man Müllerberg noch hätte, dann würden wir es ja nicht abstellen jetzt noch, oder? Das ist immerhin. Und auch in eurer Fraktion oder höre ich jetzt immer mehr, dass man sagt, ja gut, wenn es wirklich eine neue Technologie gäbe, dann wären wir vielleicht für Atomkraft. Die Frage ist dann immer, wo ich dann zurückfrage, ja, definiere neue Technologie. Es ist ja nicht so, dass dann da etwas völlig Neues kommt, sondern es wird ständig ein bisschen weiter, also, oder wie beurteilen Sie das? Ab wann ist es denn eine neue Technologie? Also es gibt von der Technologie her, oder gibt es ja die Neuentwicklungen, wo man hat, die sogenannten Small and Medium Size Reactors, die SMR, oder? Die sind nicht so gross wie wir sie heute kennen. Und eben modular? Sie sind modular, das heisst also, sie sind an jedem Standort ungefähr gleich machbar. Man kann sie skalieren, indem man eins, zwei oder drei von diesen Einheiten aufbaut. Dadurch, dass sie kleiner sind, haben sie weniger grosse Impacts auf Raumbedarf, auf Investitionen, etc. Sie sind auch erprobt. Es gibt andere Länder, die dort definitiv schon investiert haben. Die haben auch geplant, dass man sie in den nächsten paar Jahren dort aufstellt. Das ist nicht nur in China der Fall. Nein. Es gibt auch zum Beispiel die USA, die vorwärts machen. Dubai offenbar und Südkorea. Dubai, die vorwärts machen, Südkorea, wo ich x-mal bereist habe. Die sind dort sehr, sehr nach dran, eben dort jetzt auch die Investitionen zu tätigen können. Selbst Japan wird ja da rein investieren. Also, eben, ich sage immer wieder, es ist ein Dachproblem. Deutschland, Österreich, Schweiz, Probleme, diese Thematik. Aber nochmal, es wird nicht funktionieren, wenn wir zu wenig Strom haben in diesem Land, dann sieht die Welt hier um uns düsterer aus. Und das geht einfach nicht. Und da muss man einfach mal den Schritt erwarten. Und den erwarte ich nicht nur von den eigenen Parteikolleginnen und Kollegen, sondern generell vom Parlament. Und das Parlament muss jetzt mal die Hausaufgaben machen. Ich finde einfach, man muss die Klimafrage und die Energiefrage miteinander verknüpfen, oder? Ich finde wirklich, ich habe dabei bei Fäuse Federal auch mit Grünen diskutiert, oder? Und von dem haben sie richtig ein bisschen Angst. Weil, man kann ja wirklich sagen, wer es mit dem Klima ernst meint, der muss im Energie- und zwar spezifisch im Strombereich, muss der mit klaren Konzepten und mit grossen Öfen, ich zitiere immer gerne, Christoph Brandt, Expo-Chef, es braucht grosse Öfen, die einfach Strom liefert und zwar en masse. Also, alle diese Ideen, mit den Batterien der Autos irgendwo hinzufahren, und den kann man doch nicht fahren, weil der Strom von einem Haus aus der Autobatterie abgezogen wird. Das ist einfach Quatsch. Es muss Strom im Überfluss da sein, damit er günstig ist und damit er immer da ist. Und irgendwie die bürgerliche Seite, das würde schaffen, Klima- und Stromfragen miteinander zu verknüpfen, hat man doch eine gute Position für die nächste Legislatur. Es ist entscheidend, ja. Ich glaube auch, ob die Bevölkerung sieht das langsam, dass es so nicht weitergeht. Und auch die, die jetzt sagen, wir machen einfach eine riesen Anbauschlacht Photovoltaik, und dann tut man dann auch ein bisschen Power-to-Gas und was so immer. Das ist ja völlig nicht durchgedacht. Roger Norman, oder? Von viel flüchtigeren Gassen, namentlich Wasserstoff, dann die ganze Methanisierung etc. Das ist alles nicht durchgedacht, oder? Das ist weit, weit weg von Marktreife, weit, weit weg von Skalierbarkeit, also von einer grösseren Ordnung, die wir brauchen könnten. Und dort habe ich ein Referat von Lino Guzella mal mitbekommen, von ehemaligem Rektor und Präsidenten der ETA, oder? Und er hat auch gesagt, ja, wenn wir Power-to-Gas machen wollen für ein Land wie die Schweiz, dann brauchen wir Gasspeicher im Bereich so von Kubikkilometern, so von der Grösse. Also sehr riesige Dimensionen. Und an diesem schittert die Politik, man sieht die Dimensionen nicht. Also die Empa hat ja gesagt, es bräuchte dann 13 Gotthard-Tunnel. Genau. Um das Gasspeichern, um die saisonale... Richtig. Und ich meine, ja, das ist dann wieder 13 mal 20 Milliarden. Es sind grösseren Ordnungen. Und ich meine, selbst Roger Nordmann in seinem Buch kommt auf Kosten von 429 Milliarden. Und er will für das zusätzlich die Einglossenschaft verschulden. Und dann sagt er, ein AKW-Bauer sei illusorisch, weil es zu lange dauert. Ja. Aber wenn man sich dagegen wehren, und wenn es ja länger dauert, vor allem der politische Prozess, sind wir ehrlich, dann müsste man jetzt mal die grundlegenden Entscheidungen fehlen. Und ich sehe auch die Angst nicht von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Und am Schluss wird sowieso in der Schweiz, wie wir das gut einbürgert haben, die Bevölkerung darüber bestimmen, ob das bewilligt wird oder nicht. Weil die Raumbewilligung braucht eine Volksabstände. Sie haben aber Ihre Fraktion angesprochen. Ich meine, mir ist auch aufgefallen, Thierry Burkhard sagt am Samstag, klar, er will mehr. In einem Interview im Blick. Es braucht Atom. Und mit einer ähnlichen Argumentation, wie Sie es jetzt sagen. Und in der anderen Woche, ich glaube, es war einer der wenigen, die dann so einer Motion zugestimmt haben. Ich meine, was läuft in der FDP falsch? Dass das nicht funktioniert irgendwie? Dass man auch das durchzieht? Weil der Platz ist frei zwischen der SVP und der Mitte links. Ja, und wenn man noch weiss, dass die Unterstützer und Anhänger der FDP, der Freisinnigen, eigentlich überdurchschnittlich Ja sagen zu neuen Technologien, ganz generell, dann ist es ja eine absolute No-Brainer-Position, dass man dort einen Schritt einmal macht. und es dort schief gelaufen ist. Ja, ich nehme das verschuldet teilweise auch auf mich. Man müsste halt vielleicht bei diesen Listen, in denen es hunderte Vorstössen gibt, oder über die ganze Session, dann muss man wirklich jeden Einzelnen anschauen und immer und immer wieder darauf reiten, dass man jetzt dort von der Positionierung her den annimmt. Punkt. Da muss man die Nahausaufgabe besser machen. Das muss man selbstkritisch sagen. Oder die FDP müsste ja eigentlich die Partei sein von diesen anständigen Leuten in diesem Land, die am Morgen früh arbeiten gehen. So anständig sind alle. Ja. Nein, es gibt eben die, die erst am 8. oder am 9. arbeiten gehen. Nein, ich denke es manchmal im Pendlerzug. Das sind alles Leute, die ihre Verantwortung tragen, sei es als Unternehmerin oder als Angestellter oder irgendwo auch immer. Die wissen, was den Tag von ihnen verlangt und sie liefern es. Und irgendwo haben die auch Ansprüche auf Rahmenbedingungen, die ihnen ermöglichen, ja, gut zu leben. Und von dem, was sie verdienen, das auch zu halten. Und Ansprüche auf eine gute Stromversorgung, die funktioniert jetzt bei diesem Thema. Und das ist die Aufgabe der Politik am Schluss. Ja, es geht um die Infrastrukturen. Wir hatten die Strassenvorlagen, die hoch emotional diskutiert wurden. Nationalstraßenausbau. Jetzt kommt übrigens ein grosses Paket mit Schienen. Das Infrastrukturausbau, Energieausbau, das dazugehört. Das sind alles Themen, wenn man sichere Sozialwerke anspricht, Bildungsthemen anspricht, eigentlich in unserer Grund-Kern-Aufgabe vom Freisinn, dass man dort eben einen Schritt um den anderen dazunimmt. Aber in der Energiepolitik, Herr Feuze, da muss ich nicht sagen, es ist bis und Mitte der eigenen Fraktion wahnsinnig zäh, dort die grossen Schritte zu machen. Und ich hoffe, dass nach den Wahlen endlich dort die Energie mitkäufe gemacht werden. Jetzt sind die Infrastruktur angesprochen, müssen wir über das zweite Thema sprechen. Migration ist ein Riesenthema. Einerseits die Bevölkerungszunahme. Wir sind jetzt gerade auf 9 Millionen. Und das belastet die Infrastruktur. Das führt dazu, dass wir Probleme haben, Verspätungen im Zug. Wir haben Stau, auch zu komischen Zeiten, hat man plötzlich Stau, nicht nur auf der A1, rund um Bern, in der Romandie sowieso, zwischen Kerm von Lausanne, über Zürich wollen wir gar nicht reden. Und Infrastruktur in Schulen usw. Ich meine, wir haben zwei Wege, wie die Bevölkerung zunimmt. Personenfreizügigkeit einerseits und andererseits der Asylbereich. Und drittens noch die Drittstaatenmigration aus Russland. Genau. Aber die ist ja wahnsinnig klein. Ja, aber klein. Also, seitdem wir hier noch ein paar Zehntausend Leute haben es zusammengezählt, inklusive der Familiennachzug. Genau. Und über allem ist ein Familiennachzug in jedem von diesen Gefässen. Also, hat man zu lange zugeschaut hier oben? Also, erstens muss man mal sicher anerkennen, und da denke ich auch, es ist wichtig, dass man das als Freisinnigen anerkennt. Das Bevölkerungswachstum, das wir hatten, war so gross, dass sämtliche Prognosen, die vor Jahrzehnten gefehlt haben, ein bisschen windgeschlagen sind worden. Wir sind Jahrzehnte, vorher hat man die 9 Millionen jetzt erreicht. Das hat man anders planen gehabt, in dem Sinne, oder vorausgesehen, besser gesagt. Und die Infrastrukturen, die wir haben, Züge, sei das aber auch Wohnungsbau, sei das Strassen etc. Wenn man halt einfach jetzt, wie letztes Jahr, netto etwa 81'000 Personen mehr im Land hat. Das ist eine ganze Stadt Luzern. Und ich bin der Meinung, als Freisinniger muss man einfach anerkennen, dass das Bevölkerungswachstum zu einer höheren Auslastung von Infrastruktur führt. Dass es auch Wohnungen braucht, wo halt zunehmend knapp wird. Und dass es einer von den Treibern ist, von den ganzen Problemen. Jetzt kann man zwei, jetzt hat man ja im Prinzip zwei Lösungen. Entweder mit Migration runterfahren, oder man tut die Infrastruktur und die Wohnungssituation massiv verbessern und ausbauen. Und wahrscheinlich ist es am besten, wenn man beides macht, oder? Also probiert auch restriktiver zu werden. Aber ich sage immer, bei der Migration, ich habe wieder mal Zahlen angeschaut, da hat Personenfreizügigkeit angesprochen. Es bekommen wahnsinnig viele B-Bewilligungen über. Also die längfristigen Arbeitsbewilligungen. Und L-Bewilligungen, die kurzfristigen, von drei bis zwölf Monaten sind die, das ist schon ein Bereich von zwei Prozent. Ja, das ist nichts. Die ganzen saisonalen Branchen, die nehmen immer Leute rein, in dem Sinne der Wirtschaft, die sie einfach saisonal anstellen wollen. Aber sie geben eine Aufenthaltsbewilligung oder Arbeitsbewilligung für die Ewigkeit. Praktisch, oder? Und da müssen wir vielleicht auch in den Wirtschaftsverbänden oder in den Wirtschaftsunternehmungen ein bisschen weiter umdenken, halt sagen, wir brauchen die Leute kürzer, und dann gehen die wieder. Wir haben Grenzgänge, die gehen ja jeden Tag wieder in diesem Sinne, belasten natürlich dort die Infrastruktur. Aber dort haben wir sicher auch eine Möglichkeit, das Korsett ein bisschen enger zu schnallen. Der grössere Bereich ist Personenfreizügigkeit. Genau. Ich meine, wir sind immer noch wahnsinnig attraktiv natürlich unseren Arbeitsmarkt, weil wir höhere Löhne haben, weil wir gute liberale Arbeitsbedingungen haben. Wir sind wahnsinnig attraktiv für Leute aus ganz Europa. Und sie kommen auch. Und das Argument bei der Wirtschaft ist ja immer, wir brauchen diese Leute unbedingt. Wir können dort nichts ändern. Also das ist auf der einen Seite schon richtig. Also wenn ich schaue, in der Bauindustrie, wenn man zum Beispiel jetzt ohne Portugiesen rauskommen müsste, oder ohne Italiener und Spanier, oder wenn man sagt, im Gesundheitswesen ohne die Leute, die aus Deutschland kommen oder aus Polen kommen, etc. Das würde zusammenbrechen, das System. Es ist mengenmässig, nicht stemmbar. Das ist für mich Fakt. Der Punkt, den ich aber darin sehe, ist, wenn wir natürlich als Volkswirtschaft und als Arbeitnehmende immer mehr unsere Pension reduzieren, oder? Und gleichzeitig geht ein grosser Teil der Baby-Boomern aus dem Arbeitsmarkt raus, also 1 Mio. mal rausgehen, 600'000, die nur nachher kommen. Und das zu kleineren Pension, dann geht die Schere halt enorm auf bei den Arbeitskräften, oder beim Arbeitskraftpotenzial von den Inländern. Und dort bin ich der Meinung, sollte sich jede und jeder, der hier zuschaut, aber auch die anderen mal überlegen, vielleicht könnte die dazu beitragen, wenn ich nur 5% mein Pension erhöhe, oder 10% mein Pensum erhöhe, dann braucht man wieder weniger Leute von aussen, dass man gleich weit ist wie vorher. Es gäbe auch noch eine bessere BVG-Rente, das müssen sich die Leute bewusst sein. Aber vielleicht kommen wir noch nachher. Aber ich meine, ist denn das die Lösung? Wir haben schon einen hohen Anteil an Frauen, die arbeiten, nicht zu einem hohen Pensum, aber viel. Und ich meine, der Bund hat ja, das ist ja komisch, der Bund hat gleichzeitig Kampagne gemacht, Männer sollen Teilzeit schaffen, und gleichzeitig hat er gesagt, man muss den Anteil von den Leuten, die arbeiten erhöhen. Oder mein er? Aber es ist wirklich, die Arbeitspenselsituation, man kann auch sagen, die Schweizer Leisterteilzeit schaffen. Genau. Das muss man fairerweise so ansprechen. Wenn man das erhöhen könnte, hat man ein Potenzial. Nachher der Teil der Personenfreizügigkeit, dass man auch dort bei der Personenfreizügigkeit schaut, dass vielleicht eher kürzere Aufenthaltsbewilligungen da wären. nicht das, dort hat man auch den kleinere Teil Familiennachzug, und Familiennachzug sind auch die Zehntausende, die kommen, oder? Und dann bei den dritten Staaten ist es genau gleich, oder? Dort hat man 8500 Kontingente pro Jahr, aber die, die effektiv kommen, sind dann irgendwie die gleiche, weil ich so die aktuellen Zahlen nicht genau, aber es sind auch irgendwie vielleicht irgendwie 30, 40 Tausend, die kommen, oder? Also das heisst, dort ist ein grosser Familiennachzug, und dort dürfte die Schweiz durchaus ein wenig wählerischer sein. Also das ist das Argument der SVP, dass in den letzten 10 Jahren sind 1,5 Millionen gekommen, und von denen in die Privatwirtschaft gegangen sind 450.000, also nicht einmal ganz ein Drittel, oder? Das ist natürlich schon verrückt, das Argument der Wirtschaft, wir brauchen diese Leute, wenn dann dreimal so viele kommen, ist es natürlich schwierig auszuhalten. Und das müssen wir nicht, es gibt in der FDP auch einzelne Stimmen, die sagen, ja, wir müssen das vielleicht auch wieder einmal mit der EU verhandeln, oder weil wir schon spezielle Situationen haben, und vielleicht die Migration steuern. Der SVP sei mit Kontingent, das ist jetzt für eine liberale Position eigentlich schwierig, oder? Aber es gäbe andere Ideen, auch so zu machen. Oder wir haben ja dann im 2015, wo der Philipp Müller noch Präsident ist bei der FDP, dort haben wir insbesondere die Drittstaaten-Migration angeschaut, wo man den Familiennachzug muss tämpfen. Dort haben wir nicht weniger freie Hand, oder das ist auch nicht personenfreizügig. Genau. Das wäre mal ein wichtiger Punkt. Bei der Personenfreizügigkeit bin ich der Meinung, es braucht einfach dort auch von den Arbeitgeberseiten. Das ist der Taktgeber, oder? Personenfreizügigkeit heisst, ich muss mit einem Arbeitsvertrag habe ich ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Und wenn ich den Arbeitsvertrag nicht mehr habe, und in dem Sinne keine Tätigkeit mehr habe, dann muss ich das Land wieder verlassen. Das ist ja die grundlegende Architektur dieser Personenfreizügigkeit. Und dort würde man erwarten, dass man von der Arbeitgeberseite her mehr in den kurzen Aufenthaltsbewilligungen gibt. Und nicht einfach immer an die, wo man bis zu fünf Jahre oder länger nach bleiben kann. Das wäre für mich wichtig. Und auch mit dem Familiennachzug zu beschränken, ist relativ schwierig mit der EU. Das muss man wirklich sagen. Ja, das ist natürlich meine Frage. Soll es dort einfach so weitergehen? Diese Massnahmen sehe ich, aber bringt diese so viel, dass man das Wachstum glätten kann? Ich glaube, man muss sich schon noch weitere Massnahmen überlegen. Ja, es braucht weitere Massnahmen. Wir haben den Asylbereich noch nicht angesprochen. Ja, vielleicht ein Satz dazu. Es ist natürlich zahlenmässig nicht ganz das, was wir auf der anderen Seite haben. Aber auch dort ist entscheidend wichtig, es gibt immer mehr, die aus diesen Regionen tätig waren oder kommen. Wichtig ist einfach, dass man zum Beispiel Afrika, Eritrea, da waren ja dann fünf Tage, auf dieser inoffiziellen Reise mit anderen Parlamentariern, dass man nicht einfach an Gogo die Asyl entscheiden positiv fällt. Wichtig ist dort einfach auch das Dublin-Abkommen. Die SVP kann schon sagen, Dublin ist gescheitert. Aber dank Dublin haben wir Zehntausende von Fällen wieder an Italien oder Spanien oder Frankreich oder wer noch immer zurückgeben als Erstaufnahmeland, wo sie die Prozedur nicht korrekt gemacht haben und die Fälle nicht selber in der Schweiz müssen machen. Also wir haben irgendwie, der Saldo, glaube ich, 40, 50, 60 Tausend Personen zurückgeben können und nur etwa 8-10 Tausend hätte man wirklich selber machen müssen. Wenn man Dublin nicht hätte, dann würde die Schweiz grauenhaft nochmal in Bedrängnis kommen. Gleichzeitig sei die SVP nicht ganz zu Unrecht. Ich meine, das europäische System ist wirklich am Abgrund. Italien nimmt sie nicht mehr zurück. Man sieht, wie der Ansturm ist, sowohl im Osten wie im Süden. Und Frau Baumschneider, die Bundesrätin, die zuständig ist, sagt einfach, wir müssen besser mit den europäischen Nachbarn zusammenarbeiten. Was machen wir denn, wenn das wirklich nicht mehr funktioniert? Das ist eine gute Frage. Weil ich denke, Frau Baumschneider hat eben dort nichts auf der Hand. Und darum ist sie leicht nervös geworden, als wir auch sehen. Oder sie hat ja ganz am Anfang von ihrer Amtszeit vorgeschlagen, wir können mehr Kontingenzflüchtlinge reinnehmen. Genau. Oder wir hatten die Ukraine schon, wir hatten Afghanistan relativ viel, Eritrea sind schon viel da. Und wir hatten einfach keinen Platz mehr. Und sie kommt dann noch, wir müssen noch mehr nehmen. Und da hatte sie, glaube ich, schon einen Lerneffekt der ECK. Sie kommt nicht mehr mit. Dass das nicht geht, weil die Kantone unisono gesagt haben, wir können das nicht handeln. Das geht nicht, oder? Und der wichtige Teil, den sie aber schon anspricht, ist die europäische Zusammenarbeit. Gerade mit Italien. Das ist mega wichtig. Und dort habe ich einfach den Eindruck, muss sie mit ihrer eigenen Partei mal in das Gericht gehen? Weil wer waren die, die zum Beispiel gegen Frontex das Referendum ergriffen haben? Also die Grenzpolizei in dem Sinne der Europäischen Union. Die wir mitfinanzieren. Das ist linksgrün gewesen. Die haben dort Zetter, Modio geschreuen. Ja, Frontex. Und wie man gesagt hat, heute noch vergilbte Pfändchen von Sonnenausbleich, die Pfändchen, wenn man hier durch die Stadtpläne durchlaufe. Aber zum Glück gibt es dort eine Behörde, die schaut, dass nicht einfach illegale Grenzübertritte passieren. Weil jede Person, die dann hierher kommt, die Lampen aus alles grüssen, die bringen kaum mehr wieder weg. Und dort muss man halt auch schon sagen, der Teil Grenzschutz ist enorm wichtig. Und die Schweiz muss dort auch genügend finanzieren, dass eben Staaten wie Italien, aber auch Staaten wie zum Beispiel Spanien und Frankreich in der Lage sind, die Aussengrenzen zu schützen. Das ist wahnsinnig wichtig. Eine grosse Diskussion ist, wie man abgewiesene Asylbewerber zurückbringt. Wir haben 63 Rückschaffungsabkommen. Gewisse funktionieren gut, die mit Mehrheit funktioniert aber nicht gut. Da ist die Zahl sehr klein oder null, oder? Ich meine, müssen wir nicht, oder Frau Brum-Schneider, das ist eine Exekutivgeschichte. Sie müssten dafür sorgen, dass das System besser funktioniert, oder nicht? Ja, definitiv. Also die Drückübernahmeabkommen sind nur so gut, wie sie von beiden Seiten gelebt werden. Und dort haben wir natürlich bei instabilen Staaten, wo plötzlich eine Regierung wieder weg ist und er sagt, die neue Regierung, ja das ist mit der alten Regierung verhandelt worden, das geht uns nichts an. Dann muss man wieder auf Feld 1 anfangen, oder? Und dann in Eritrea, ist ja die Diskussion noch da gewesen, oder kann man irgendeine Migrationspartnerschaft machen, also gewisse Modalitäten für Migration festlegen? Kann man ein Rückübernahmeabkommen machen? Dort hat man immer wahnsinnig zaghaft argumentiert, dort ist Proso Maruga noch im Amt gewesen, beim IOPD. Ja, das Rückübernahmeabkommen, das wird kaum möglich sein. Und das ist tatsächlich sehr schwierig, wenn man denen nicht auf der See rumknäuelt und die quasi prügelt, dass sie ihre Leute wieder zurücknehmen. Und hochproblematisch in diesen Regionen, wo die Leute natürlich herkommen, viele sind sogenannte Sandpapiers, haben gar keine Besmen, sie sagen natürlich, der Staat XY ist gar nicht mein Staatsbürger, oder? Warum soll ich den zurücknehmen? Nein, ich weiss nicht, ob das mein Staatsbürger ist. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit in dem Vollzug von dem Ganzen. Aber die Tatsache ist, sie muss sich wirklich massiv dafür einsetzen, dass Dublin funktioniert, und dass man auch die Rückübernahmeabkommen hat, mit den anderen Staaten und so durchziehen. Müssen wir nicht die Entwicklungshilfe viel mehr an dem ausrichten? Ich meine, bei Eritrea machen wir nicht viel Entwicklungshilfe, muss man jetzt fairerweise sagen. Aber es gibt andere Länder, gerade im Maghreb oder so, wo wir sehr viel investieren, und trotzdem die Rückstaffung nicht möglich ist, oder ja, nicht gelebt wird, vielleicht, ja. Es war noch eine interessante Diskussion, und es gibt immer mehr grosse Stiftungen, wie eine Jakobs Foundation oder Roger Federer Foundation, die sich sehr kritisch äussern, in Bezug auf Entwicklungshilfe, die direkt in den Ländern gemacht wird, in Infrastrukturen hinein, wo sie sagen, nein, die würde lieber in Ausbildung, in die Bildung von den Leuten investieren, als Geld abschicken aus Strassenbauern oder Wasserversorgern. Ich finde das eine liberale Rahmenbedingung, aber nicht dem Staat die Aufgabe übernehmen. Dort hat man natürlich schon eine Möglichkeit, nachher mit der Entwicklungshilfe gewisse Prioritäten zu setzen und zu sagen, schaut, wenn ihr das nicht wollt, dann sind wir draussen, oder? Und da bin ich schon der Auffassung, auf der einen Seite, dass man dort strenger werden muss, und auf der anderen Seite auch, in diesem Sinne, Asyldestination Schweiz so unattraktiv machen wie möglich. Immer unter der Prämisse, wenn jemand an Leib und Leben bedroht ist, eben Stichwort Ukraine, dann gibt es einen Schutz. Aber sobald die Situation sich beruhiget hat, in diesem Land und die Leute sicher wieder zurückkommen, dann muss man die Leute auch sagen, da haben die keine Aufenthaltsbewilligung mehr. Und das ist bei Afrika eigentlich, das sind fast ausschliesslich Wirtschaftsmigranten. Dort hat niemand in diesem Sinne schon Leben und Leben bedroht. Ganz wenige schon, ja, muss man fairerweise sagen. Aber für die wenigsten, das ist eine Wirtschaftsmigration. Und dort darf man einfach nicht mehr so blauäugig sein, wie damals bei den Eritreern. Das war falsch. Jetzt noch eine Bilanz in Sachen Sozialwerke. Also AHV, zweite Säule BVG, IVG haben wir nicht viel geredet, aber es ist immer noch irgendwie 11 oder 12 Milliarden Schulden, die die IV hat. Dann ins Gesundheitswesen, was ist ein bisschen, und es ist natürlich automatisch auch ein bisschen Bilanz über der Alain Berset, die Ende Jahr sein Amt verlassen. Was ist in Eure Zusammenfassung von den letzten vier oder zwölf Jahren? Also wenn man bei den Sozialwerken anfängt, die erste Säule AHV, ist es auch mal schön, dass man eine Reform wieder durchgebracht hat vor der Bevölkerung. Aber nicht die, die Herr Berset wollen? Nicht die, die Herr Berset wollen, sondern eine andere, die halt endlich ein bisschen bürgerlich prägt ist. Ich finde es besonders die Anpassung des Rentenalters von AHV. Das ist, glaube ich, die erste AHV-Revision, die man durchgebracht hat, seit Ende 70er Jahre. In 79 oder 79 gegen die dort umeinander. Immerhin, aber das ist keine definitive Lösung. Dann hat man dort Initiativen auf dem Tisch. Die andere ist Jungfrei-Sinnung, die FDP, von der man das Referenzalter immer durch Lebenserwartung anpassen würde. Das fände ich nach wie vor eine gute Idee, weil es inhärent einfach würde immer der Realität das Fondsvermögen in diesem Sinne anpassen und das man ausgeben kann. Und die 13. AHV-Rankte der SP, das ist reiner Populismus überhaupt nicht finanzierbar. Aber auch AHV-Seitig ist dort der Garten ein bisschen abgesteckt und man macht auch keine Gegenvorschläge gross. BVG, zweite Säule. Da wäre ich absolut überrascht, wenn diese Reform durchgekommen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso? Die Referenzsatz-Senkung, Referenzsatz 6.8 auf 6.0, mit einer grossen Übergangsgeneration von 15 Jahren, mit den doch relativ ausgeweiterten Übergangszahlungen, die man dann gibt. Das kostet halt schon recht viel. Ich habe dem zugestimmt, einfach, dass man mal den Referenzsatz oben runterkommt. Auf der anderen Seite gibt es halt einen gewissen Teil von den Übergangsgenerationen, die profitieren ja. Andere profitieren weniger. Ein Mehrwert, den ich auch drinnen würde sehen, ist die tiefe Eintrittschwelle und vor allem auch die Glättung in dem Sinne über die Jahre, was man dann einzahlt. Also nicht, dass die älteren Arbeit geben und dann immer mehr BVG-Beiträge zahlen. Aber man ist ja wahnsinnig den Links-Grün entgegengekommen, mit all den Kompromissen, die alle Millionen, wenn man es über die Zeitdauer rechnet, Milliarden kostet. Und trotzdem, das habe ich nie begriffen, weil es war immer klar, sie werden das Referendum ergreifen. Also es ist ja nicht so, dass dann Links-Grün steht ja immer sehr auch ideologisch. Man kann sie eben nicht kaufen mit Geld, sondern sie wollen gewinnen am Schluss. Und ja, jetzt wird es eine grosse Abstimmungsschlacht, sage ich jetzt mal gern, nächstes Jahr. Und ich meine, sie sagen jetzt, sie sind schon verloren, dann kommt es nicht gut raus. Also ich habe einfach nicht ein gutes Gefühl, weil die emotionalen Argumente, dann die ganze Preisentwicklungssituation, wo man hat. Das ist so eine Gemengelage, wo es jetzt schwierig wird. Klar, wir müssen eine Kampagne dafür führen, das ist ganz klar. Es ist eine Kampagne, die ich wichtig finde. Diese Reform ist auf jeden Fall besser, als wenn man keine hat. Ich hoffe, die Bevölkerung sieht das dann auch so. Weil schlussendlich, wenn man jetzt diese Reform nicht macht, ist die Konsequenz nur die, dass man die Probleme noch weiter ausschiebt. Bulldozer kann man dem ja sagen. Der Haufen wird immer grösser. Und von dort her, wir werden die künftigen Reformen viel einschnittender sein müssen. Also lieber eben die berühmte Spatz in der Hand als Tauben auf dem Dach. Das ist ein gutes Stichwort für das Gesundheitswesen. Ich meine, dort habe ich manchmal das Gefühl, dort haben wir weder Spatz noch Tauben, sondern dort hat man jetzt einfach zwölf Jahre fast nichts gemacht. Alain Berset hat jetzt in mehreren Interviews gesagt, er träge keine Verantwortung. Das seien immer alle anderen, die seine Ideen verhindert haben. Hat er recht oder nicht? Also seine Ideen, seine Strategien sind wir jetzt also wirklich und nach so einigen Jahren im Parlament wirklich nicht geläufig, wie wir das Problem wirklich bekämpfen konnten. Und es ist eine Tatsache, dass die Bevölkerung momentan eben die Preissituation als Treiber einfach eine Negativspiral in Gang ist. Man zahlt immer mehr Krankenkassenprämien. Und das heisst, wenn man dann halt ein Leiden hat oder wenn man wirklich sagt, jetzt habe ich wirklich ein Problem, dann rennt man blöd gesagt, für das Kleinste rennt man in ein Spital oder geht sich behandeln lassen. Aber diese Preisspiele, die zusammen sind die Anspruchshaltung. Ich habe so viel bezahlt, also wenn ich etwas habe, dann habe ich automatisch auch den Anspruch, dass ich behandelt werde. Das ist ungesund. Und wo ansetzen? Das ist die grosse Frage. Es gibt, von mir aus gesehen, im Gesundheitswesen ein Problem und das kann man mit einem Mikado-Spiel beschreiben. Die Partei oder die Seite, die sich zuerst bewegt hat, verloren. Das ist das grosse Problem. Also, Patienten wollen nicht bei den Leistungen verlieren. Die Versicherer wollen nicht irgendwie ihre Geschäftsmodellpreise geben. Die Leistungserbringer, die Ärzte und die Spitäler wollen ihre Abrechnungen machen und Geld verdienen. Und die Pharma will auch Geld verdienen. Also, es will niemand bei sich anfangen. Und wenn ich all die möglichen Parteien jetzt aufgezählt habe, ist halt das Problem drin, dass in diesem Gesamtsystem jede Partei nur einen Bruchteil von den Kosten verursacht. Aber niemand wirklich, wo man sagen kann, das ist jetzt die absolut grosse, der grosse Kostetreiber gewesen. Es ist eben nicht so. Es ist sehr komplex. Und dort finde ich ein Modell, das jetzt gemacht wird, in Saint-Imier, im Kanton Bern, mit dem Spital Saint-Imier, noch spannend, dass man als Leistungserbringer, also als Spital, nehmen wir die Versicherungen zusammen und mit dem Kanton in diesem Sinne, massamines Dreieck bildet und sagt, wir wollen nicht, dass man am meisten Behandlungen macht, die teuersten Behandlungen macht, sondern wir wollen, dass die qualitative Behandlung am grössten ist. Also das heisst, nichts anderes als der Paradigmenwechsel. Wir wollen nicht einfach nach Geld entschädigen und nach Leistung entschädigen, sondern nach Qualität entschädigen. Und dort drin, kommt für mich auch noch ein anderes Thema hinein. Wir haben es konsequent verhindert, hier im Parlament, und da hat der Herr Alain Berset nicht Unrecht vielleicht mit dieser Aussage, dass wir ein Patientendossier, ein elektronisches, wo es nicht darum geht, dass die gelesenen Patienten werden, Herr Feuysi, sondern es geht darum, dass man sieht, was hat euren Leistungserbringer gemacht, euren Hausarzt oder euren Arzt, euren Spital, sind die richtig behandelt worden. Und von dem haben wahnsinnig viele Leistungserbringer Angst, dass man sagt, oh, da ist jetzt schlecht, qualitativ eben schlecht behandelt worden. Und wenn man es qualitativ richtig gemacht hat, hat man sonst so viele Kosten noch gespart. Ich glaube wirklich, das mit der Qualität, das muss in der nächsten Legislatur eine entscheidende Rolle spielen. Und das ist ja überall in einer freien Marktwirtschaft geht es um Qualität und um Preis, aber eben immer auch um Qualität. ich zahle im Restaurant ja nicht für Anzahlrüben, die der Koch schälen oder Zweige machen, sondern auf das, was ich am Schluss auf dem Teller habe, wo mir gefällt oder nicht. Und bei der Gesundheit ist das am Schluss, bin ich gesund worden, bin ich gut betreut worden und so. Und das muss, das wird zwar nicht ganz einfach, aber das kann man auch dort einführen. Ja und eben genau dort braucht es eben in dem Sinne mit dem elektronischen Patientendossier ein System, wo Patientinnen und Patienten eben die Qualität sieht, bin ich richtig behandelt worden. Zu welchen Kosten bin ich behandelt worden. Ich habe als Beispiel erlebt, ich habe eine sehr akute Blinddarmentzündung und dann musste ich rausnehmen. Und dann hat man mir plötzlich noch gesagt, als ich schon wieder auf dem Zimmer war, nach der OP, also die könnten schon noch bleiben über das Wochenende, wenn ihr wollt. Dann habe ich gesagt, nein, ich gehe heim. Weil ich bin der Meinung, wenn auch Patientinnen und Patienten mündig werden, dadurch, dass sie eben informiert sind, dass sie auch mal selber sagen können, nein, auf diese Leistung nehmen wir jetzt keine Ansprache. Oder die Nachbehandlung von der Nachbehandlung und die Nachkontrolle von der Nachkontrolle. Das ist halt eine Menge Gerüste, die man nicht unbedingt immer haben muss. Manchmal ist das viel gerade im Gesundheitswesen. Also es gibt die einen hier jetzt gerade im Parlament, das ist die Mitte und die Links, die sagen einfach mehr Geld in das System hineinschmeissen, für Prämienverbilligungen oder so, oder auch mehr Zentralismus, also die Kostenbremsinitiativen von der Mitte, die einfach mehr Einfluss dem Bundesrat und dem Bundesamt für Gesundheit geben. Und dann auf der anderen Seite, die Bürgerlichen haben es einfach nicht geschafft, so die Aspekte, die wir jetzt diskutiert haben, wirklich in Vorstösse, in Anträge und so umzumünzen. Das ist irgendwie nicht passiert in dieser Legislatur. Aber darum haben wir es eben jetzt probiert, vom freien Sinn aus, dass man sagt, ich kann so meine Leitkrankenkasse, nein, oder? Nicht, dass man einfach immer das volle Programm muss zahlen, sondern die, die wollen, können ja sagen, ich will ein abgespecktes Programm, oder? Ich will weniger Grundleistungskatalog, oder? Und wenn ich etwas habe, dann löse ich es mit Zusatzversicherungen. Und dort muss man auch gewisse Offenheit behalten. Es gibt natürlich auch Personen, die heutzutage gewisse Zusatzversicherungen nicht abschliessen können, weil sie in einer Risikogruppe sind, oder ein Alter erreicht haben, oder Frau oder Mann sind. Da gibt es ja heutzutage diese Problematik, und dort sind so viele Fälle anreizen drin, oder? Und null Kostenwahrheit, da muss man schon sagen, da muss sich jede Seite insofern bewegen, dass man sagt, wie du vorhin auch gesagt hast, dass die Qualität der Behandlung am letzten konsequent das entscheidende Kriterium ist. Das war so die Legislatur. Ich glaube, die Arbeit geht in der nächsten Legislatur nicht aus, gerade auch in diesen Themen Energie, Klima, Migration, Sozialwärts. Danke vielmals fürs Zuschauen. Das war Feusi Federal aus dem Bundeshaus direkt zu euch heim. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Schreibt mir auf dominik.feusi.nebelspalter.ch Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.